Alles bricht zusammen. Erdbeben, Flutkatastrophen, Klimawandel, Krieg in Syrien, Hunger in Afrika, Terror in Europa. Und auch im Kleinen gibt's die Katastrophe. Der Mensch, dem ich vertraut habe, geht fremd. Der Arzt sagt mir, du hast MS. Die Arbeit ist nicht mehr sicher, das Ersparte ist aufgebraucht und dann stirbt noch der Lieblingsmensch. Unerbittlich erinnert uns der Advent an diese katastrophalen Wirklichkeiten. Viele halten das nicht aus. Sie ducken sich weg, sie flüchten sich in einen Rausch oder auf die Weihnachtsmärkte. Manche glauben sogar, dass populistische Schwätzer ihnen neue Kraft zum Leben geben können. Für uns Christen ist die Botschaft klar. Wach werden, Kopf hoch, realistisch sein und wissen, da ist einer unterwegs, der uns wirklich retten kann. Weihnachten kann in uns der geboren werden, der den Tod besiegt hat. Um eine gute Adventszeit, die an diesem Wochenende beginnt, bete ich im Nachtgebet. 22 Uhr auf DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar 2 Uhr im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR im Auftrag des WDR. 2 Uhr im Auftrag des WDR 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 im Auftrag